Willkommen zu einer weiteren Folge Garden Witch Life und gleich werden wir erstmal die Beschneidungspaste auf die Baumwurzel auftragen. Ich weiß, das klingt falsch, aber das machen wir. Und zuallererst möchte ich jetzt mal in den Keller und etwas holen, bevor ich es vergesse. Jetzt muss ich bloß wissen, wo es ist, in welcher Kiste. Ja, wir werden etwas suchen müssen, aber ich glaube es müsste... Ja, da sind sie. Ich habe nur 18, ich hätte gedacht, ich hätte mehr diese Kiefernzapfen. Und zwar kann man... Ah, Musik ist jetzt ein. Schön. Schön. Herrlich. Ähm, mit Musik ist einfach alles besser. Ist so. Ähm, 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 ja genau. Mit denen kann man nämlich hier am Trockenhaken, meine ich doch, oder? Ja, hier genau. Da kann ich Kiefernbaumsamen machen. Und das machen wir jetzt mal. Und das sind ja immerhin 18 Stück, das heißt 18 Bäume, die ich anpflanzen kann. Jetzt möchte ich mal schauen, wir wetten, die haben so 10 Tage Wachszeit. Naja, bestimmt nicht, aber... Ähm, 50. Das ist... Das ist wirklich sehr kurz. Ich glaube, die Birken haben 70. Und diese anderen Ahorn, glaube ich, ist das, haben 80. Wenn ich mich nicht, ähm, da ganz täusche... Ich wollte keine Rosen mitnehmen. Ähm, äh, gut. Dann lass uns ein bisschen Dünger mitnehmen. Und dann würde ich mal sagen, und ich glaube, ich habe es in den Kommentaren auch gelesen, dass das eine von euch so macht, ähm, werde ich auf der anderen Seite da, da, da werden wir Bäume anpflanzen. Was natürlich das Tolle hieran ist, das kann man jetzt natürlich nicht sehen, das ist ja schon... Ist das jetzt nur ein Schatten oder ist das gewässert? Ich... Ist ein Schatten, ne? Ist einfach nur der Baum. Ja, schade. Ich denke, ich denke, ich denke immer, das saugt sich voll. Aber das tut es nicht. So, ähm, zuallererst will ich mal gucken, ob das hier geht. Ja, geht. Nicht, dass ich jetzt hier Kompost hin kippe und dann auch mal feststelle, nee, hier kannst du nichts anpflanzen. Gut, dann werden wir ein bisschen, ähm, Kompost ausbringen und da ein paar Bäume anpflanzen. Aber nur so viel wie nötig. Und für die Bäume brauchen wir ja schon ein bisschen Platz. Dann könnte ich eigentlich jetzt auch doch mal wirklich die anderen Samen holen aus dem, ähm, Schneegebiet. Denn da gibt es auch immer wieder welche. Dann lohnt es sich auf jeden Fall mal da durchzugehen. Und dann haben wir doch viel schneller Bäume. Lass mal schauen. Äh, ja. Wir können es auch wieder zumachen. Und wir können den Baum, ich brauche kein Loch machen. Okay, hier geht's. Ja, hier geht's. Na, da lassen wir natürlich ein bisschen mehr Platz. Aber ich will jetzt auch nicht so ein riesen Gelände damit voll machen. Äh, ich glaube ein bisschen mehr Luft müssen wir den schon lassen. Dann pflanzen wir doch nochmal ein bisschen was hin hier. Dann werde ich nochmal, also ich habe jetzt das ganze, oder viel, sehr viel Gras habe ich weggehauen da hinten. Ein Stück steht noch, aber das werden wir auch nochmal, ähm, beseitigen und dann, ja, nochmal wieder Gras kaufen und mehr anpflanzen, ne. Wir brauchen Gras, das wächst halt sehr schnell. Wir brauchen extrem viel Kompost. Und den kriegt man so dann doch am schnellsten. So, ist doch schön. Jetzt will ich mal gucken, ob das gegossen ist. Ja, doch. Die auch. Die da hinten wahrscheinlich nicht. Ich tippe mal die nicht. Ja, siehste, guck. Nee, dann saugt sich das doch voll, oder? Ich habe ja hier nichts gemacht. So, und die hier unten sind. Oh, das ist einfach die Nähe. Ach doch, hier auch. Und hier nicht. Hier sieht man aber auch diesen Unterschied, diesen Helligkeitsunterschied. Das heißt, der müsste, genau, ja, bei dem ist so ein bisschen grenzwertig. Und der wieder voll. Ja, genau. Okay, gut. Sehr schön. Dann lohnt es sich das doch, hier Sachen anzubauen. Vielleicht sollte man generell hier Sachen anbauen in der Nähe vom... Ah, gut, der Käpt'n lernt halt immer erst später. Das ist so. So. Ja, schön. Die sind alle versorgt. Dann lassen wir uns doch mal schnell ins Schneegebiet. Und dann schauen wir mal, wie das Wetter ist. Garantiert nicht gut, aber, naja, wir müssen ja trotzdem kontrollieren jeden Tag. Und dann drehe ich doch eine Runde und sammle die Tanzapfen ein. Ja. Huch, da habe ich doch was gesehen eben. Kamille. Nehmen wir mit. Mein Eventar ist auch schon wieder ziemlich, ja... Hm, hm, hm. Ah, hm, ja. So, ja, da gibt es nicht... Guck mal, wie viele, um Gottes willen. Das artet jetzt wieder richtig aus. Ne, das ist nur irgendwas anderes. Ja, guck mal. Das hat sich doch gelohnt. Ich finde es so schade, dass man die Bäume hier nicht wegkloppen kann, ne? Das wäre richtig gut. Aber gut. Ja, wollen wir nicht übertreiben. Ja, dann gehen wir nach Hause. Hm, können das Ganze nochmal machen. Und dann... Gehen wir ins Bett. Es ist nämlich schon 21 Uhr, sehe ich gerade. Krass, ist das spät. Okay. Ne, dann, genau. Dann machen wir jetzt noch die Samen. Ähm, pflanzen die an. Dann, hallo, ich bin nicht mehr in dem Gebiet. Gehwetter kann aufhören. Ähm, und dann, ähm, ja, genau. Genau das machen wir. Das sieht so witzig aus. Wie der Kopf immer auf- und abhüpft, so. Und bald ist das vorbei. Dann sehen wir nicht mal mehr das. Oder zumindest nicht gut. So, ja, ich nehme die Sachen erstmal nicht mit. Weil ich habe eh gerade keinen Platz. So, dann machen wir jetzt hier noch, genau, nochmal 16. Ja, komm, was haben wir noch. Dann suchen wir uns nochmal ein schönes Eckchen. Schönes Fleckchen, wo wir es anpflanzen können. Und dann kommen wir auch beruhigt ins Bett. Das können wir auch beruhigt mitnehmen. Ja, das hier muss nochmal irgendwie begrünt werden. Guck mal hier, wie viel Platz wir hier hätten für Bäume. Hm. Dann lass uns das doch so machen. Wo sind sie? Da sind sie. Dann machen wir das nur auf den Nassen hier rauf. Dann brauche ich mich doch im Grunde nicht ums Gießen kümmern. Ach, man lernt zu viel. Eigentlich müsste ich so ein Video machen. Äh, 10 Dinge, die ich vorher schon gerne gewusst hätte. Aber da gibt es wahrscheinlich schon welche, die das machen. Aber das ist bei diesem Spiel wirklich essentiell. Kann ich ja... Ja, hier drin leider nicht. Ja, das wird bestimmt ganz schön aussehen. So, alles schön hier einmal mit... Mit Dings ein... Einsottern und dann, ähm... Ja, wird das doch hoffentlich auch bald grün. Aber 50 Tage sind wirklich lang, ne? 50 Tage sind wirklich lang. Das dauert noch wirklich sehr lange. Bis wir mal eine vernünftige... Oh, mein Dings ist alle... Vernünftige Menge an Holz bekommen. Also die Bäume möchte ich ja unten wegkloppen. Das mache ich wirklich sehr, sehr ungern. Ähm, gut, jetzt nehme ich die doch mal mit. Da müsst ihr auch mal wieder was draus machen. Ein bisschen Parfüm. Und was ist eigentlich jetzt hier mit? Ist noch nicht fertig. Ja, das da hinten ist fertig, oder? Ja, wir könnten noch ein bisschen mehr gehen. Zwiebeln. Ja, man sieht sie zwar, aber ich habe das alles viel zu viel. Viel zu dicht. Es ist alles viel zu dicht gebaut hier. Okay, bescheidener Piment ist fertig. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich den hier irgendwie... rausbekomme. Hat geklappt. Die Gurken brauchen noch ein bisschen und... Na, Wendel, das ist ja die Frage. Will ich jetzt Saaten haben? Na, gib mir mal das hier. Ja, nehmen wir auch gleich das dazu. Oh, da muss halt noch ein bisschen wachsen, das Ganze. So, wunderbar. Ähm, wir kiezen es gleich mal. Ich weiß gar nicht, wie der der Status ist, aber... So viel ist... Oh. Man ist wieder gegen der Brennnessel gelaufen. Das passiert mir so oft. Ja, ich weiß. Ja, Zeit ist... Ich... Ich habe keinen Platz im Inventar. Es ist ganz schrecklich. Es ist schlimm. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich glaube, es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Es ist 0.30 Uhr. Da gehört so eine junge Dame doch mal wirklich langsam ins Bett. Aber vorher werden wir mal schauen, dass wir vielleicht so ein paar Sachen... irgendwo im Inventar unterbringen können. Dass wir ein bisschen Luft bekommen hier, ne? Warte mal, da können... Ja, wohl, die behalte ich mal. Morgen ist Samstag, morgen ist... Ja, gut, okay. Nee, brauche ich nicht. So, haben wir noch... Ja, warte mal. Ne, Melone habe ich ja nicht eingesammelt, ne? Ach, das ist so viel Brennnessel-Zeug. Irre, irre, irre. Na gut, hier passt ja nichts rein. Aber eigentlich... Na ja, gut. So, dann gehen wir jetzt ins Bettchen und morgen früh gehen wir erstmal zum Baum. Mit der Passe. So. Ab ins Bettchen. Schlafen. Ah, und dann, wo der volle neue Tag beginnt. Herrlich. Ähm, genau. Worauf ich nochmal eingehen wollte, ist... Der Rotkohl. Irgendwie habe ich das falsch verstanden. Aber man sagte mir, man könnte daraus Sauerkraut machen. Aus Rotkohl? Habe ich ja noch nie gehört. Will aber nicht sagen, dass es nicht so geht. Ähm, und der soll ja im Gärfass sein. Aber ich habe im Gärfass kein... Kein, ähm... Oh. Ah, für A, für Sirup fehlt mir noch was. Ähm. Und ich habe beide schon geschnitten. Ich habe schon Kohlblätter gemacht und gehackten Kohl. Kirschblüte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Eisscheiben. Ich glaube, ich habe noch nie Eisscheiben gemacht. Doch, habe ich schon. Habe ich gerade irgendwas dabei, was ich zufällig irgendwie machen könnte? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, nö. Ja, gut gehackten Kohl. Aber das will ich nicht machen. Ja, ist ein bisschen irgendwie... Ich weiß nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das vielleicht irgendwie ein anderer Kohl ist, die man da dann anbauen könnte. Gut, jetzt gehen wir erstmal zur Lyra. Ne, gar nicht wahr. Wir gehen gar nicht zur Lyra, sondern wir gehen gleich zum... Zum Baum. Also an die Baumwurzel. Dem Baum geht es jetzt an die Wurzel. Wird an der Wurzel gepackt. Moin, Tin. Die geht immer so ein bisschen unmotiviert, ne? So ein bisschen wie der Teenager, nur in älter. Dann holen wir hier mal Geld ab. Ja. Ja, ein bisschen haben wir schon verdient. Ein bisschen was ist da noch da, aber ich muss auch langsam mal wieder... Ich verkaufe jetzt mal diese ganzen Sachen hier. Habe ich hier alles immer nur einmal. So. Haben wir auch gleich wieder Platz. So, auf zum Bäumchen. Und dann werden wir mal versuchen, den Weg ein bisschen abzukürzen. Und es hat geklappt. Schön. Hä? Moment mal. Hä? Ohne Werkzeug in der Hand geht die schneller. Das merke ich jetzt erst. Ach ne, ich glaube, ich habe die Tasse nicht gedrückt. Ist egal. Kann ich... Gar nicht auf den alten Mann hören. Okay, äh, wir werden jetzt mal diese Seite aufbringen hier. Okay, sprich mit Lyra, das machen wir... Ach, das ist ein verdammt langer Weg. Wieder hoch? Ne, die geht schneller und ich... Und ich sprinte. Also ich habe wirklich die Tasse fest jetzt gehalten. Sag mal, das täuscht doch nicht. Ne, der Schritt ist schneller, wenn du nichts daran hast. Hä? Okay. Na gut, egal. So, liebe Lyra. Ähm, die Wunden des Baums des Wissens sind geil. Wunderbare Neuigkeiten. Ich war in der Zwischenzeit auch sehr beschäftigt. Weißt du noch, wie ich erwähnt habe, dass wir unsere Abenteuer mit ein wenig Zufall aufpeppen könnten? Ja. Hast du herausgefunden, wie man das macht? Ich hatte viele aufregende Ideen und keine davon hat funktioniert. Aber dann habe ich dieses wunderschöne kleine Ding in einem meiner Spuckkästchen gefunden. Ich hatte fast vergessen, dass ich es hatte. Das ist hüüübsch. Das ist es. Wie auch immer. Ich habe Zahlen auf jede Seite geschrieben. Ach so, ein Würfel. Wenn du würfelst, ist die Zahl, die oben liegt, die Zahl, die du bekommst. Je höher die Zahl ist, desto größer sind die Erfolgschancen des Protagonisten. Das klingt lustig. Ja, oder? Und was sagen die Zahlen über das nächste Abenteuer? Zuerst musst du dich entscheiden, was du tun willst. Der Baum hat keine Nährstoffe mehr und muss wieder aufgefüllt werden. Was wirst du tun? Oh, ich weiß, ich weiß. Ich werde selbstgemachten Biokompost aus meinem Garten verwenden. Okay, lass uns den Schicksalskristall werfen. Oh, das ist nicht schlecht. Das bedeutet, dass das Schicksal in deiner Hand liegt. Damit kann ich arbeiten. Da mal los. Ah, ich brauche 50 Kompost. Und ich habe natürlich... Ja, klar. Hätte ich welchen dabei, dann wird das stehen. Jo, mach das gleich. Okay, wir holen da mal ein bisschen Kompost. Wer kann das auch ahnen? Ja, Aurel hat noch Feierabend, ich habe gesagt, noch Wochenende. Es ist nämlich Sonntag... Nee, Samstagisch. Gott, oh Gott, morgen ja auch noch. Aurel sehen wir dann erst wieder am Montag. Dann kann ich erst dann die Gänsebühmchen übergeben. Ha. So, man sieht doch gar nicht mehr die ganzen Tiere. Doch, da hinten. Ach, guck mal da. Ein Huhn. Dann haben wir da einen Frosch. Noch einen Huhn. Und ein Kaninchen. Richtig gut. Ja, hier hinten ist noch ein bisschen Gras. Ach, weißt du, wo wir schon mal hier sind? Schneiden wir es doch gleich weg. Ja, und dann fängt da auch schon... Ja, mein... Mein... Mein Sonnenblumenfeld an. Ich müsste eigentlich mal da oben hoch. Da wächst bestimmt wieder irgendwas. Weil ich abpflücken könnte. Ich will lieber gar nicht gucken, wie lange die Bäume hier noch brauchen zum Wachsen. Das dauert bestimmt noch Ewigkeiten. Sag mal, Kaninchen, musst du dich hier zwischensetzen? Ja, es ist nicht ganz ungefährlich. So, wenn ich mit der Sichel hier antiere. Jetzt kommt der Huhn hier auch noch an. Ah, pappack. Ja, schnell, pick noch mal ein paar Körner hier. Ist nämlich gleich vorbei. Guck mal, da hinten... Also... Rennessel wächst hier wirklich wie... Ja, ich weiß, es ist so ein Kraut, aber... Also irgendwie hier eigentlich. Du sollst das pflücken. Gras, ist da viel drin. Okay. Sehr schön. Dann könnten wir da vorne die Birken einmal gießen. Weil die werden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also nicht so gut hier jetzt gerade. Da achte ich nicht so drauf. Ist ein bisschen doof. Und eigentlich müsste ich hier auch mal rum. Ja, hier mein Testfeld. Das hat sie ja nun auch erledigt. Oh, aber hier vorne. Oder habe ich es einfach zuwachsen lassen? Ne, da ist was weg. Also die zwei Sachen vorne, die einmal wo gar nicht gegossen wurde, wo nur Erde drauf ist. Die sind komplett weg. Also hier sind die wohl kaputt. Kaputt gemacht. Wunderbar. Schön. Äh, was wollten wir? Ach ja. Ich wollte ein bisschen Erde holen. Und ein bisschen Gras reinpacken. Das ist doch gut. Tomaten sind auch fertig. Das ist sehr schön. Okay, dann nehmen wir das mal mit. Und das packen wir hier rein. Jo. Trage Kompost auf die Baumwurzel. Nicht Baumwurzel, sondern auf die Baumwurzel. Baumwurzel, ganz wichtig. Ganz wichtig. Hier, das machen wir mal. Und dann hoffe ich, dass der Baum dann auch mal gereinigt ist. Hätte ich bald gesagt. Geheilt ist. Dass wir dann nämlich mit der, mit der Bienenquest weitermachen können. Weil da sollten wir auch mal nachfragen. Für, hops. Für, ähm, wie hieß die nochmal? Lilly. Genau, für Lilly. Okay, sprich. Sprich mit Lyra. Das machen wir. Jeder kackt mal schlankt. Doch, doch. Ich glaube fest dran. Ach man, das ist aber auch ein Weg hier noch. Da ist man schon eine Weile unterwegs, bis man dann mal oben ist. Oh, nicht runterfällt, vor allen Dingen, so wie ich fast eben. Ach ja. So. Gehen wir mal rein. Der Baum ist gefüttert worden. Habe ich gemerkt. Schau, wie glücklich gesund der Baum jetzt aussieht. Oh ja, ich finde auch. Also der wirkt wie ausgetauscht. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr so gesund gesehen. Wow, dieser Dünger ist wirklich gut. Vielen Dank, Kasulina. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich getan hätte. Du bist wirklich mein Held. Ach, nicht der Rede wert. Du hättest dasselbe für mich getan. Tja, hätte ich das? Ich meine, ich würde es wollen, aber du hast immer noch Angst vor der Außenwelt, oder? Ja. Willst du darüber sprechen? Du willst mich nicht auslachen oder denken, dass ich komisch bin? Warum sollte ich das tun? In der Akademie hat das jeder getan. Sogar die wenigen, die ich meine Freundin nannte, zwangen mich rauszugehen und das Leben zu genießen und lachten, als ich es einfach nicht konnte. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, waren meine Bücher. Wo bleibt der Spaß, wenn du an Orte gehst, an denen die Leute die dich nur verurteilen und auf dich herabsehen? Manche Leute sehen gar nicht, welchen Einfluss sie auf andere haben. Ich glaube, ich verstehe, wie du dich fühlst. Bitte sag mir Bescheid, wenn du dich wegen mir schlecht fühlst. Das ist das Letzte, was ich will. Ehrlich gesagt, wenn du da bist, fühle ich mich großartig. Du bist ein guter Freund für mich. Oh, da werden wir ganz rot. Wenn du jemals ein Buch zum Lesen oder einen Freund zum Reden brauchst, lass es mich wissen. Danke, Lührer. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, auf jeden Fall. Achso, warte mal. Ähm, Bienen. Bienen. Hast du irgendwelche Bücher über Bienen? Lass mich schnell nachsehen. Ah, da haben wir es. Hier ist dein Buch. Die komplette Sammlung von Bienenweisheiten. Vielen Dank dafür. Das ist perfekt. Ist es okay, wenn ich jetzt einen Blick hineinwerfe? Alles klar doch. Nimm dir Zeit. Super. Okay, mal sehen. Okay, wir lesen leise das Buch. Hm, interessant. Das ist genau das, was ich mir erhofft hatte. Lilly wird sich riesig freuen, wenn sie das erfährt. Ich bin so froh, dass du gefunden hast, wonach du gesucht hast. Auf jeden Fall. So, als bringen wir Lilly das Buch. Ich weiß gar nicht, ob Lilly sonntags, samstags anwesend ist. Wir werden es gleich sehen. Ich kann es von hier nicht sehen. Ich sehe sie nicht. Sie ist ja auch nicht sonderlich groß. Das Lilly. Ah, da ist sie. Wunderbar. Ja, moin. Hey. Ah, ich habe aufregende Bienenweisheiten für dich. Du wirst es lieben. Bienenweisheiten? Was? Was du mir letztes Mal erzählt hast, hat mich zum Nachdenken gebracht. Du weißt schon, dass alle Bienen strenge Regeln folgen, und im Grunde ihrem Schicksal unterworfen sind. Ja? Ich habe etwas recherchiert. Willst du wissen, was ich herausgefunden habe? Du hattest mich schon bei Bienenweisheiten. Okay, ich habe dieses Buch aus der Bücherei und es hat die coolsten Illustrationen von allen Arten von Bienen. Es sind sogar blaue und grüne dabei. Aber noch interessanter als die Illustrationen sind die Wörter. Was sagen die Wörter? Es gibt eine Menge Wörter. Aber um es einfach zu halten. Bienen sind nicht alle gleich. Es gibt so viele verschiedene Arten. Einige von ihnen werden Holzbienen genannt und leben frei. Einsam und wild. Sie haben keine Bienenstöcke und schnitzen ihre eigenen Häuser in Holzgegenstände oder Bäume. wie kleine Zimmerleute. Blaue und grüne Bienen? Und sie leben allein und bauen mit Holz? Unmöglich. Doch möglich. Es gibt so viele verschiedene Arten da draußen. Und sie alle haben ihre ganz eigene Art zu leben. Manche bevorzugen Struktur und Stabilität. Andere bevorzugen ein Leben voller unvorhersehbarer Abenteuer. Oder ein ruhiges Leben in den Wäldern. Oder etwas dazwischen. Oder darüber hinaus. Die Möglichkeiten sind endlos. Ich hatte keine Ahnung. Das ist umwerfend. Du meinst also, anstatt einem bestimmten Lebensstil nachzujagen, der nicht zu mir passt, sollte ich den Lebensstil annehmen, der mir von Natur aus liegt? Vielleicht bin ich ja doch keine defekte Arbeitsbiene, sondern eine wilde Holzbiene, die es nur noch nicht wusste. Exakt. Das ändert alles. Hey, kann ich das Buch eine Weile behalten? Natürlich. Bring es einfach zurück in die Bibliothek, wenn du fertig bist. Danke, danke, danke. Das ist so fantastisch. Sehr schön. Haben wir fertig. Gib Lilly etwas Zeit, um über die Bienen zu denken. Okay, dann machen wir. Sie muss ein wenig über Bienen philosophieren. Weißt du was? Ich würde mal sagen, wir schauen mal bei Mai vorbei und sammeln mal, ähm, ja, ihr wisst schon, die ganze Kram brauche aus dem Kühlschrank ein. Na ja, dann müsst ihr auch mal wieder bei Gelegenheit mit dem Spaten hin in den Sand abholen. Naja, aber das machen wir bei Gelegenheit, wie gesagt. Wahrscheinlich dann, wenn ich es brauche. Moin Mai. Darf ich mal, äh, hier so alles rausnehmen? Ich denke, ja, na, hast du ja nichts gegen, hast du ja nichts. Das machst du ja gerne. Zack, zack, füllst du ja wieder auf morgen. So. Tada. Sehr schön. Jetzt müsste ich mal gucken, was haben wir eigentlich jetzt noch an Quests. Wir haben, ja, das ist etwas Zeit geben, die Holzbiene. Warte sieben Tage auf Tin. Genau, das ist auch in zwei Tagen schon. Ja, und das wird noch ein bisschen dauern. Versuche das Tor. Ich brauche es aber auch nicht aktivieren jetzt. Das Tor in der Mine aktivieren, ähm, dafür werde ich dann den Besen brauchen. Dafür brauche ich eine Schneeflocke und dafür brauche ich Schnee, der von mir fällt. Weil die Schneeflocke muss aus der Luft gefangen werden. Hm, naja. Kriegen wir schon hin. Irgendwie wird's. So, äh, bop, bop, jetzt muss ich mal so ein bisschen gucken hier, was los ist. Tomaten einsammeln, dies, das. Vielleicht auch mal ein bisschen was herstellen. Hier müsste auch schon ziemlich viel, na gut, eigentlich neun. Na gut, die haben auch nicht mehr viel so zum, nicht mehr viel Nektar. Ähm, ja, warte mal, ich will mal was gucken. Und zwar gab es hier so eine ganz tolle Pflanze. Jetzt, da spiele ich immer an der Lampe rum. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, hier gab es doch eine, genau die hier. Strauß Lavendelblätter. einen Strauß Lavendelblätter. Lavendelblätter habe ich ja dabei. Hatte ich mal dabei. Strauß Lavendelblätter. Da. Ja gut, da haben wir schon ziemlich viele von. Sonnenblumenblatt. Weißt du was, ich glaube, sowas würde ich dann eher, äh, schon kompostieren, wenn ich so viel habe. Oder? Ich denke mal schon. Dann habe ich da einfach zu viel von. So, ähm, Strauß Lavendelblatt. Achso, ja, jetzt haben wir die. Okay, ich dachte, den muss man erst herstellen. Aber das ist ja schon Strauß Lavendelblatt. Okay, dann brauchen wir nur noch einen Tontopf. Vielleicht, nee, ich glaube, ich habe keinen mehr. Oder habe ich einen Tontopf? Ich hätte ein Fässchen, das verbieten. Oder einen Gärtopf. Könnte man das auch reinpflanzen? Na, ich glaube, das geht nicht. So, was brauche ich da? Brauche ich da für einen Tontopf? Nur Ton? Lehm? Ja. Da reicht der Lehm. Und da ist er. Hm. Ich muss erst den Tontopf machen. Mensch, du musst ihn doch erst mal herstellen. So, lecker Tontopf. und dann gehen wir mal nochmal runter. Ich glaube, ich glaube, eine Monster habe ich auch noch nicht. Sanft fahren. Schauen wir mal. War, wie sah das aus? Also, ich müsste ihn eigentlich, eigentlich müsste ich ihn irgendwo haben. da. Ja. Schön, dann machen wir das auch nochmal. Aber erst mal einen Tontopf. Was ist das hier eigentlich nochmal? Ziegelstein. Okay, sieht komisch aus. Ähm, dann machen wir die Monster noch fertig. Ich hoffe mal, die Monster ist nicht zu klein. Ich meine, die heißt ja eigentlich Monster. So, dann würde ich die ganz gerne auf die Treppen stellen. Da habe ich ja mit begonnen. Dann führen wir uns auch weiter vor Ort. Wenn das denn passt. Ne, hier passt leider nicht. Also hier ja, aber hier unten kannst du das nicht machen. Schade. Hm. Da geht es dann zu hoch. Das ist ein bisschen doof. Ach, eine Monster habe ich ja doch. Steht ja daneben, Mensch. Jo, ist doch schön grün. Ich komme nicht mehr durch. Ich muss das wieder weg. nehmen. Ah, okay, schade. Das bringt ja gar nichts. Wo ist denn? Ach da, ich dachte gerade, ich dachte, oh. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte den Hammer irgendwo mit dem Tal unten gehabt. Dann wäre ich da nicht mehr hingekommen. Obwohl, da hätte ich irgendwas hingebaut oder so, oder? Oder vielleicht mit, äh. Das ist schon witzig. So, einmal weg. Ja, schade. Das finde ich hat ganz gut gepasst. Aber naja. Äh, die ist witzig. Ja, machen wir das so. Wenn es denn sein muss, dann, dann muss es so sein. Ähm, ich würde ganz gerne mal ein bisschen was mit den Rosenblättern machen. Da habe ich glaube ich sehr, sehr viele von. Sehr, sehr viele von. Aber die sind ja irgendwo exakt hier. Da machen wir was. Ne, ich kann es eigentlich mit allem was machen. Das wird aber wieder sehr brutal. wo ist denn hier das Wasser? Da ist Wasser. Ich glaube, ich brauchte Wasser. Man muss daraus destillierte Wasser machen. Äh, wieso? So, Rosenparfüm, Rosenwasser. Destilliertes Wasser. da machen wir ein bisschen. Achso, das ist, ja, da kann man gerne da klicken, aber das hilft nicht wirklich viel. Klack, 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 so, destilliertes Wasser haben wir jetzt genug. Jetzt brauchen wir Rosenblütenblatt und Rosenwasser. Rosenwasser kriegen wir hier. Rosenblütenblatt. Brauchen wir echt nur Rosenblütenblätter? Ne, Rosenblüter auch. Okay. Ich glaube, da habe ich noch welche, ne? Ich lobe ja. Ich meine, da sind noch ein bisschen im Keller irgendwo. Naja, gut, könnte ich später holen. Na hallo, du musst das schon draufhauen, sonst wird das nicht still. Gut, wie viel kriegt man denn dafür? Ich brauche ja Rosenwasser. Äh, es fehlt Rosenwasser. Jetzt fehlt Rosenblütenblatt. Achso, naja, wisst ihr was? Da, da, da müsste ja nicht bei sein. Das kann ich ja gleich mal fertig machen. Und dann, ja, haben wir wieder ein bisschen was zu verkaufen. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ähm, klar, es bringt nicht ganz so viel wie Melone, aber ich muss ja irgendwie alles auch mal loswerden, ne? Genau, wenn ich was Gescheiteres mit denen hier anfangen könnte, dann könnt ihr es auch gerne schreiben. Kann das sein, dass ich da vielleicht hier irgendwo, Grasp, ne, 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 muss ich mal gucken, was ich daraus machen kann. Naja, schreibt es in die Kommentare oder ich finde es vielleicht auch, aber das ist richtig unwahrscheinlich. Ähm, schön wäre, wenn ihr in der nächsten Folge meinen Kanal wieder findet und auch dann zuschaut. Da würde ich mich sehr drüber freuen und ich verbleibe mit einem Ciao, Ciao.